so da sind wir beim nächsten video und ich habe noch mal ein secret layer was ich euch öffnen kann und zwar the tokyo lands traditional foil edition ursprünglich waren in dem paket das ich von einem abonnenten zugeschickt bekommen habe vier secret layer drin ich habe aber das junji eto euch schon mal gezeigt bzw der gute dommer hat euch das gezeigt wenn ihr das mal gucken wollt da oben ist bestimmt irgendwie eine verlinkung zu den secret layer playlist da könnt ihr mal reinschauen und ja die habe ich euch schon gezeigt deswegen kann ich euch die nicht noch mal zeigen das tut mir ein bisschen leid aber wir haben hier the tokyo lands traditional foiling das secret layer noch mal wie gesagt vielen 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 dank dafür dass ich das hier alles öffnen darf und euch euch zeigen darf ihr könnt euch auch bedanken dafür weil anonym dass ich das öffnen darf wenn ihr auch immer irgendwas zu schicken wollt oder sonst was meldet euch ich habe das jetzt öfter schon mal gab es leute sagen ah blackie schickt ihr mal was zu da hast du eine kleinigkeit ich zeig dir was es kommt in letzter zeit ziemlich häufig vor und deswegen wenn wenn ihr dazu auch gehört ihr müsst es nicht tun bitte nicht wenn ihr das nicht 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 könnt oder sonst was ich bin da nicht böse wenn ihr das nicht tut ich bin ganz schlecht darin beschenkt zu werden ich habe einem 1000 abonnenten special wo ich eine riesen kiste von von abonnenten bekommen habe ich angefangen zu weinen und ja ich bin sehr schlecht darin geschenke anzunehmen dementsprechend schwierig aber wenn ihr unbedingt was zu beschicken wollt könnt ihr mich gerne kontaktieren facebook instagram twitter die ganzen links sind unten in der video beschreibung gucken wir uns an was mit dem secret layer ist thank you for being part of secret layer hier haben wir extrem extrem schöne länder und wir haben nicht so viel über das wir reden können dementsprechend ist das video ein bisschen kürzer aber wir werden die länder die die ding ich habe ein bisschen am licht rumgefuhr werkelt und ich hoffe jetzt passt das mit dem licht ein bisschen besser und ja gucken wir mal rein was wir haben wir haben hier wunderschöne länder oh mein gott die sind auch foil aber die sind die sind stopp what hier steht das ist natürlich falsch hier steht traditional foil edition die sind nicht traditionell ihr wisst was das heißt wenn das so komplett in weiß übergeht das ist ein etched foiling wie geil was das denn ist das nur das eine die sind alle in etched foiling warum steht denn da die schniff voll drauf oh mein gott wie geil es macht es noch viel viel geiler die zu öffnen weil weil dann kann man die auch benutzen ich mag etched foiling wir haben hier eine ebene glaube ich ich kann das nicht sagen ehrlich gesagt das nebene ist ich glaube es nebene uff da ist auf jeden fall eine insel hier mit dem mit dem shipper man mit dem dude der so am winken ist total hübsch total cool ist natürlich jetzt nichts was in magic so normalerweise drin sein sollte aber ja mein sumpf das sieht auf jeden fall nach so aus auch hier das etched foiling mit diesem alten alten verlassenen einkaufszentrum alter mit den onis und den masken und dem fuchs da oben voll süß oh mein gott das ist wahrscheinlich ein mountain mit den ganzen kiddies die hier den dem blutmond da anzeigen auch sehr cool wirklich cool könnte aber auch auch wieder ja doch es ist mountain und wir haben den forest oh mein gott der ist ja mal richtig hübsch hier mit dem mit dem infinity zeichen den dudes und den durinos die da rumlaufen dem mini haus hier unten oh mein gott wie cool das echt echt ein cooles ding und wir haben noch einen sumpf und zwar ein sumpf vom sicklea aus dem jumpstart in foil das ist dieser grave chart gott ist das sicklea so alt boah keine ahnung aber wow sind die cool also das ist ganz ein cooler sumpf ja nochmal oben drauf aber hier wow ich bin jetzt gerade echt umlegen ob ich mir noch eine zweite ebene kaufe damit ich die in 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 pioneer spielen kann oder in modern modern wäre auch cool oder shit ich hoffe ihr hattet spaß wenn ja könnt ihr gerne dem video daumen nach oben da lassen ihr könnt ein abo da lassen ich hoffe ihr hattet wirklich 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 spaß und auch wirklich spaß dabei so ein bisschen was mit mir zu erkunden sachen zu öffnen und openings zu durchstehen ich habe noch andere videos auf dem channel wo es viel um legacy geht viel um sachen normalerweise mache ich auch noch talks die kommen aktuell sehr sporadisch das tut mir ein bisschen leid also blackie zeigt blackie erklärt das kommt immer noch und ja dementsprechend schaut euch mal weiter um wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ablexit ciao ciao